Musik Wir sind die Minis von der Sankt-Martins-Kille Malters. Unsere Schare ministriert in Malters, Latte und Schache und es ist unsere Aufgabe, dem Pfarrer mit der Gabenbereitung und dem Opfer zu dienen. Unsere Tätigkeiten gehen aber über die Kirche hinaus. Unsere Freizeit treffen wir uns für eindrucksvolle und unvergessliche Anlässe. Wir haben so immer eine gute Zeit zusammen. Musik Für mich bedeutet meine Strandin zu sein, während dem Gottesdienst im Pfarrer aktiv zu dienen. Die alljährlichen Anlässe mit der Schare sind unvergessliche Momente. Musik Ich bin meine Strandin, weil es mir mega Spass macht, beim Gottesdienst mitzuwirken und wir immer wieder coole Anlässe haben. Musik Für mich bedeutet meine Strandin, das aktive Mitwirken an Gottesdiensten und auch gute Freundschaften. Musik Für mich bedeutet meine Strandin, egal ob man jung oder alt ist, einfach mal etwas Spass zu haben. Musik Musik Ministrieren bedeutet für mich, in einem Team, miteinander und füreinander, sein stehen, zusammen, etwas zu machen, das einem Spass macht, auch ausserhalb der Kirche. Musik Für mich bedeutet meine Strandin, die Gemeinschaft der Christen wirklich mit anderen Leuten zu leben und nicht mehr Zuschauer zu sein, sondern aktiv in der Gemeinde sich zu engagieren. Musik 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 «Holy, holy, holy, praise you, Lord Almighty. Holy, 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 here's the land who are there.» Für mich bedeutet meine Studentin sein, in der Kirche meinen Glauben aktiv in der Gemeinschaft einer tollen Gruppe auszulagen und mit dieser Gruppe auch ausserhalb der Kirche grossartige und ausgelassene Momente zu erleben. Und, was bedeutet meine Studentin sein für dich? Find es raus und wähle auch du Teil unserer Schale. Das Einzige, was du machen musst, ist dich beim Fahrrad zu informieren und los geht's. Wir freuen uns auf dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!